Landkreis Leipzig Der Landkreis Leipzig und seine Kommunen profitieren mit Fördermitteln vom sächsischen Investitionspaket Brücken in die Zukunft. Bestätigt wurden 166 Maßnahmen mit einem Fördervolumen von rund 30,3 Millionen Euro. Von den 32 Kommunen im Landkreis Leipzig ist die Stadt Borna mit 1,69 Millionen Euro einer der größten Fördermittelempfänger. Der Landkreis Leipzig hat die Bestätigung für 19 geplante Maßnahmen erhalten. Eine große Maßnahme mit über eine Million Euro ist die Sanierung des landkreiseigenen Gebäudes in der Deutzner Straße in Borna. Nach dem Umzug des kommunalen Jobcenters in die Brauhausstraße soll das Gebäude saniert und umgebaut werden. Künftig soll dort die Musikschule Ottmar Gerster des Landkreises einziehen.